Das Frachtschiff Baltic Moon erreichte am 5. Mai voll beladen mit Metallen den Hafen von Wismar. Im Jahre 2000 wurde das Schiff erbaut und segelt seitdem unter der britischen Flagge. Ihre Länge beträgt rund 89 Meter und der breiteste Punkt ist 12,5 Meter. Die Tragfähigkeit von Baltic Moon sind 3850 Tonnen. Mit einer maximalen Geschwindigkeit von 9,5 Knoten macht sich der Frachter bald auf dem Weg nach Udovala in Schweden.